Okay. Jetzt kommen wir zu einer neuen Folge des Digitech-Podcasts mit mir, Philipp Lüge, Luca Fontana. Eigentlich stellt mich der Gast zuerst vor. Oder am Schluss, ich weiss es nicht. Aber mit Christina Gossner vom SRF Digital. Hi, Mitnand. Herzlichen Dank. Ich habe mir das mitten drin noch anders überlegt. Aber nein, ich glaube, das... Ich höre manchmal Podcasts, dann redet ihr schon fünf Minuten und du hast das Gefühl, habe ich nicht zwischendurch eine Stimme gehört, die ich nicht kenne und dann sagt, übrigens, auch noch da ist, so und so. Ganz viele Möglichkeiten. Da bin ich. Hoi. Ja, danke, dass du uns wieder aushilfst. Und wir haben einfach den Simon ersetzt. Ja. Oder? Mit, genau. Mit Jünger, Hüpfer und Flexoidler. Und Kompetenter. Der Simon weiss einfach noch nicht, dass ich dann Anfang August in die Ferie ging und von ihm erwarte, dass er mich dann bei mir vertritt. Ja, das haben wir alles so abgemacht. Ich hoffe, er hat es Memo bekommen. Ich hoffe, es hat. Also, jetzt haben wir es abgemacht. Jetzt haben wir es gesagt, jetzt kann man es nicht mehr zurücknehmen. Voilà. Und wenn er es nicht weiss, dann wissen wir, dass er den Podcast nicht lasst. Jetzt haben wir ihn im Sack. Ich glaube, ich habe ihn auch nicht gelassen in den Ferien. Der Mensch ist ja in den Ferien dann. Ja. Ich habe zuletzt einen Artikel gelesen, dass, wenn man ein Kind hat, dann ist man sonst nie in den Ferien. Dann geht man auf einen Trip. Das ist kein... Was? Also, Huffington Post hat lustiger Artikel gehabt. So, ja, keine Ahnung, wenn du irgendwie das Töpfchen mitnimmst, damit du aufs Witz gehen kannst, dann ist es keine Ferien. Dann ist es ein Trip. Ja, das stimmt. Ja, wenn du dann sexy wieder aufstehen musst, weil sich der Kleiner das Memo hält, dann sind es keine Ferien. Definitiv nicht. Genau, kein Foto ist ein Trip. Einfach so erwartungshaltig. Nein, ist doch toll. Also komm, dann erzähle ich doch schon mal, was wir dann heute werden alles Lustiges besprechen. Oh, obwohl, Luca und ich, wir haben ja noch etwas ganz Verrücktes gesehen. Hast du mir das geschickt oder ich dir? Über das müssen wir auch noch kurz reden. Ich glaube, du hast es mir geschickt. Du. Vielleicht musst du es bestimmt googeln, Martina. Ich wollte sagen, wieso hat es mir niemand geschickt. Wir haben ein Video gesehen. Warte, wenn ich das Video schauen kann, ich kann es bestimmt zeigen. Zwar für James Bond. Du kannst einfach James Bond Crocodile Stunt googeln. Warte, ich haue da bestimmt das Video rein. Hey, da verreckst du. Und der, der es gemacht hat, der wäre auch fast verreckt. Äh, dort in dem, das ist Live and Let Die, glaube ich, oder so. Genau, mit Roger Moore. Genau, und in der einen Szene ist halt wieder der Bösewicht, der seine Krokodile hat, wie immer im James Bond Movie das noch einmal alles ist. Und in der einen Szene, in der einen Szene kommt der James Bond dann über so vier Krokodile rennt er drüber. Und das haben es echt gemacht. Und du siehst einen Stuntmeer, der das macht und irgendwie diverse Mal reingehaut. Und ich, ich weiß es nicht, ich glaube, so ein abgefahreniger und unnötiger Stunt habe ich noch nie gesehen, weil, wenn du es nachher im Film siehst, hast du eh das Gefühl, es sieht super fake aus. Im Film, es ist irgendwie eine Sekunde im Film. Für die eigentliche Sekunde im Film, wo der James Bond irgendwie auf einer Insel mitten im See ist und der Bösewicht ist halt drausherab von dem See und sagt, ha 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 ha, du kannst mich da nichts anmachen. Und dann muss er halt eben irgendwie rauskommen und er sieht halt die Krokodile im Wasser, weiss ich, ich kann nicht durchschwimmen, sonst habe ich ein Problem. Und der James Bond, wie er halt ist, er kommt halt einfach von Krokodil zu Krokodil auf den ihrem Rücken raus. Und das ist eine Sekunde im Film. Und natürlich bei jedem Krokodil, wo er draufkommt, schnappt der Krokodil nach seinen Füssen, weil Krokodile finden alte. Und der Witz ist eben tatsächlich, dass sie das mit echten Krokodilen gemacht hat. Und der Stuntman hat das natürlich nicht beim ersten Versuch geschafft, auf den ihren Rücken zu kuppen, sondern hat sicher drei, vier, fünf Versuche gebraucht, käylt dabei tatsächlich halb ins Wasser und halb nicht. Und die einen der Krokodil schnappten und trefften auch. Du schaust das und denkst einfach nur, Alter, wie unnötig regierst du dein Leben? Nehmt doch einfach an die Trapen hin. Es sieht eh schon fake aus. Selbst mit acht echten Krokodilen. So etwas Krasses. Unnötiges habe ich es auch gesehen. Und vor allem, sie haben ja offenbar Krokodilattrappen dort, so wie man ganz offensichtlich sieht. Genau, genau. Es sind ja nicht alle Krokodile echte, es sind ja, es hat teils Attrappen, teils echte, aber die, die nicht draufkommt, sind echte. Ich meine, logisch, die Mühler gehen um und so, die Schnappel, ich meine, ich weiss nicht, das kannst du vielleicht dann nicht faken, aber andererseits, so wie sie es nachher dann zusammengeschnitten haben, eben, siehst du wirklich nicht so gut, aber, ich frage mich auch, wie haben sie das gefilmt? Ich wollte es noch nachlesen. Dort ist doch garantiert einfach einer mit den Knarren gestanden. 100% oder? So eine britische Produktion, aber dort, wo die das gefilmt haben, garantiert einfach ein paar mit Gewehr gestanden, wo einfach die Krokodil- die Krokodil-Mutag dann gleich verschossen hat. Was gibt es für Sicherheitsmassnahmen? Der Stunman sieht auch nicht aus, als ob er irgendwie ein besonderes gepolstert wäre, wo du irgendwie sagst, ja, wenn der an den Fuss... Also, der Stunman macht das aber auch mit einer Kälte, gell? Also, der macht das ja mehrmals zwischendurch lacht er mal ein bisschen so. Ich verstecke es nicht. Vielleicht habe ich irgendwas missverstanden, warum das nicht gefährlich ist, aber wild. Ja gut, ein Abschweifer, aber ich kann es sehr komisch, sehr weird. Also, genau, zum Programm. Wir fangen an mit den News, und zwar als erstes die neue Switch. Pro. Ja, eben nicht genau. Ob es Pro ist oder nicht, diskutieren wir nachher. Dann gibt es Gerüchte, oder Gerüchte, ja, GTA 6, ist in der Machi, was dort das beinhaltet, über das können wir kurz reden. Dann, Assassin's Creed, wo es dort hingeht, im nächsten, die planen so ein bisschen, ich ruhe mal MMO in den Ring, aber es ist mehr so ein Live-Service-Game. Dann, Audacity, etwas, was viele von uns brauchen, um aufzunehmen. Dort hat es Vorwurf gegeben, dass die ganz, ganz viele füße Daten sammeln. Das schauen wir an. Und dann zum Schluss, wenn wir noch Lust haben, reden wir über Star Wars Visions, und der Luca hat ganz viel Lust. Dann, im Big Screen reden wir nochmal über den Luca, aber nicht unser, sondern über das, über das Seemonster, glaube ich, oder? Also doch unser. Also doch unser. Und Black Widow und vielleicht auch noch, müssen wir mal schauen, wie wir es mit der Zeit haben, Castlevania und Werewolves Within und dann in der Spielecke, vor allem Old World, das habe ich gesagt, und eventuell noch Wilder, Wilder Myth, ich weiss gar nicht, wie man es aussprechen kann. Aber komm, wir fangen an mit den News, und dann wechsle ich da schon mal rüber, und zwar genau, die Switch OLED. Genau, Martino, du hast es schon gesagt, Pro, ich kann ja mal sagen, was sie beinhaltet, die neue Switch, die haben es die Woche vorgestellt, sie wird 7 Zoll, mit dem ist sie ein bisschen grösser, also die Standard-Switch ist ja 6,2, Switch Lite ist 5,5 Zoll, ja, sie hat ein OLED-Display, hat 64 GB auf dem Speichel, sie hat 32, die Stock hat einen LAN-Anschluss, 350 Dollar, 8. Oktober kommt sie, ja, das ist sie. Zweitlig, Specs hast du noch vergessen, sie hat einen neuen Ständer, was wichtig ist, weil der Ständer, der es aktuell hat, ist mischt, und sie hat neue Lautsprecher, was ich aber nicht so wichtig finde. Komm, ich tue da mal für dich etwas zuschauen. Ja, genau, den Ständer finde ich noch, das finde ich noch einen guten Punkt, und der sieht auch, ähm, wirklich noch, also der erste ist so minzig, winzig gewesen, und jetzt ist die ganze... Das einzige Gute am Ersten ist ja eigentlich gewesen, dass wenn er abgebrochen ist, du ihn erst wieder hineinklicken können, weil sie gewusst haben, er wird immer abbrechen, und so eine Mechanik gemacht hat, dass man einfach wieder zurückklicken, aber der ist richtig doof gewesen, weil er hat nur einen Winkel gekannt, also, du hast ihn genau auf eine Grösse konfigurieren können. Und halt wirklich nicht so stabil gewesen, und jetzt ist er über die ganze Breite hinter dran. Ganz verstellbar eben, je nach Winkel, wenn du gerade nebeneinander hattest und willst, genau, sieht man so schön im Trainer, dann könnte es ein bisschen mehr kippen, und dann sieht man besser drauf. Wie so ein Surfer. Ja, und sonst hat es nicht viel, also der ist natürlich kompatibel. Also genau, weiss ich gar nicht, du kannst in das Dock die anderen reintun, ich weiss es ehrlich gesagt, umgekehrt gar nicht. Geht das die neue Switch auch in die alten Docks, das weiss ich jetzt nicht einmal. Wieso nicht, ist die Frage. Ist ja alles gleich, oder? Lässt du schon gehen. Was, nein, überrascht hat es mich nicht, dass sie nicht drüber drüber hatten. Aber die Joy-Pon... Sorry. Ich kann nur sagen, die haben ja ein extremes Problem mit den Joy-Cons, das Joy-Con-Drift. Und das wird einfach nie thematisiert von Nintendo, das wird einfach irgendwie totgeschwiegen. Ich würde mich nicht wundern, wenn diese Switch immer noch hat, ihr das Problem. Ich habe ja mal so gerne, also meine Joy-Cons sind alle gedriftet, mehrmals so. Ich habe mehrere Joysticks ersetzt, und gerade diese Woche sind sie wieder aus der Reparatur gekommen, weil zwei davon wieder gedriftet haben. Und das erste Mal, als ich sie reparieren wollte, habe ich gedacht, das kann ja nicht sein, das muss ich auf Kosten von Nintendo machen. Und dann habe ich Nintendo geschrieben, extra am Kundenservice, dass ich einen Drift habe. Dann schreiben sie zurück, kennen wir nicht, was ist dein Problem? Weißt du so? Haben wir noch nie gehört? Haben wir noch nie gehört, Frau Gassner? Wir können ihnen behilflich sein. Dann schreibe ich... Und mir ist ja schon... Also es ist ja eigentlich nur, darum ging mir Nintendo dazu, ein offizielles Dokument von Nintendo zu haben, wo draufsteht, Entschuldigung für den Joy-Con-Drift, wir reparieren sie ihn. Und egal was ich gemacht habe, egal wie viele E-Mails sie ihnen hingeschrieben haben, sie haben nie zugegeben, dass sie das Problem kennen, haben oder für mich würden reparieren. Es war immer der Deal und das ist mega bescheuert für Schweizer. Du musst das einschicken zu Nintendo, aber in der Schweiz gibt es wirklich keine Stelle. Also musst du es auf Deutschland schicken, du musst dir ein Zolldokument dazu tun und sie sagen dir nicht, ja, ist okay, wir übernehmen deine Reparaturkosten. Also eventuell machst du den ganzen Aufwand und am Schluss sagen sie, hey, das war kein Joy-Con-Drift, das geht nicht auf Garantie, sie müssen auch noch irgendwie 200 Schutzt zahlen oder keine Ahnung. Ich habe sie auf jeden Fall nie hingeschickt, weil sie mir nie vorab haben können, dass das der Fall ist und dass sie für das über Garantie übernehmen würden. Und so habe ich es jetzt immer da privat oder bei irgendwelchen Leuten reparieren lassen oder irgendwo in der Schweiz, was übrigens easy geht, das ist nicht so eine Sache. Hey, das ist lustig. Du gehst gerade in die Geschichte. Ja? Was? Du musst dir die Sendung eingeschickt haben. Ja, ja, ich wollte gerade sagen, ich frage mich, ob das irgendwie etwas damit zu tun hat. Ich habe ja auch eine kaputte, also bei mir ist einfach die Switch selber, hat eines Tages gefunden, ich stelle mich nicht mehr ein, ohne irrsinnlichen Grund, sonst war eigentlich nichts kaputt dran oder scheinbar nichts. Dann war das aber noch in Garantie, habe ich das bei uns, bei Digitec, also auch dort gekauft, habe ich es eingeschickt gehabt. Und dann habe ich irgendwie einen Monat nichts mehr gehört. Er hat es aber auch geheissen, so, ja, es kann bis zu vier Wochen dauern, darum habe ich keinen Puff gemacht, aber nach vier Wochen irgendwie immer noch nichts gehört. Nach fünf Wochen bekomme ich ein Joy-Con. Ich bekomme einen Karton nach Hause geschickt mit einem Joy-Con drinnen, also einer von den zwei, die du ja hinkriegst und der Rest hat gefehlt. Nur ein Joy-Con drin. Danke vielmals, wo ist der Rest? Kannst du mit dem mal spielen? Da habe ich gefragt, bei uns kamen jetzt, Leute, es fehlt noch etwas. Dann haben sie gesagt, ah ja, es sei noch dran, es komme ich bald. Da habe ich auch wieder zwei Wochen gewartet, wieder Geduld verloren, gefragt, was los sei. Ja, wir haben es verloren. Hey, geil! Ihr wisst nicht, wo es ist. Da hast du dein Geld, kannst du neue kaufen. Vor allem, weißt du, bezüglich Safe-Games und so, sind sie ja so mies, oder? Also weißt du, wenn du Dinge im Online-Service hast, hättest du gar keine Cloud-Saves und so und dann bist du einfach verarscht. Dann wärst du total verarscht gewesen. Also ich habe ja damals, also ich habe ja eine Switch gekauft, wo Mario Kart 8 schon drauf installiert war und das ist dann natürlich in dem Moment weg gewesen, wo ich eine neue Switch habe posten. Ja, das ist, ich sage mal, das war eine kleine Geschichte. Aber wir haben ja eigentlich schon gesagt, wegen dem Bildschirm, dass der Bildschirm selber ja neuerdings ein OLED ist. Genau. Das ist ja die einzige Neuerung eigentlich, dass die neue OLED statt LCD hat. Aber das wirklich Interessante ist ja natürlich, es hat ja mega viel Gerüche gegeben vorher, es kommt ein Switch Pro mit 4K und dank DLSS wird es auch die Leistung bringen können. Die hat genau die gleiche Auflösung. Also 720p, wenn du sie unter Portabel hast und Full HD, wenn du sie getockt hast. Sie haben auch schon bestätigt, sie sagen genau die gleiche, also der CPU und RAM sind es nur auf das sind sie zurückgegangen, sie sagen wie gehabt, sie sagen also nicht nichts anderes. Mehr Speicherplatz aber, oder? Ja, ja, der Speicher schon, aber von der Leistung ist sie gleich wie die alten. Und das ist natürlich so eine Enttäuschung. Oder jetzt, ich glaube aber, was ich jetzt noch so ein bisschen gelesen habe, aus verschiedenen Quellen, mir geht jetzt trotzdem davon aus, das ist auch nicht die Switch Pro. Sie heisst ja auch nicht so. Und die können ja auch immer noch kommen. Und um es noch ein bisschen unterstreichen, haben mega viele nachher die alten Gameboys an Nintendo DS Beispiele hergezogen. Hey, und ich meine, es gibt so viele. Es gibt so viele Gameboys. Es gibt, weißt du, eben, ich muss das Bild gestern aufmachen. Allein beim Gameboy gibt es ja den Gameboy, den Gameboy Pocket, Color, Advanced, Advanced, SP, Micro. dann beim DS gibt es den DS, den DS Lite, den normalen DS, also die Revision, dann der DS X. Und beim DS hat Nintendo auch ein mega schlimmes Modell abgezogen, weil dort hatten alle Cartridges eine andere Form. Das war eine Sauerei. Das war echt eine Sauerei. Also vom DS zum 3DS zum irgendwas DS haben dann die Cartridges, also die Spiele, die du reingesteckt hast, immer ein bisschen eine andere Form. Die einen hatten eine Ecke, die einen waren ein bisschen grösser, die anderen waren ein bisschen kleiner, sodass du sie von DS zu DS eben nicht hast können, zu zügeln. Das war schon richtig frech. Nein, das ist aber sehr frech. Das habe ich gar nicht. Nicht alle. Das habe ich nicht auf dem Radar gehabt. Das ist eine Abartung für euch. Also und vor allem, es geht ja dann weiter den 3DS, 3DS XL, 2DS, 3DS, also der neue 3DS, dann der 3DS XL, auch der neue. Nur zum sagen, dass sie das Spielchen machen sie schon lange, oder? Mit so kleinen Iterationen. Aber fällt dir etwas auf, Eine Pro-Version, irgendetwas mit Full-HD, 4K, 8K, ist nie dabei gewesen. Weil das ist ja auch überhaupt nicht, was Nintendo würde brauchen, oder überhaupt. Also ich meine, was machen die für Spiele? Die machen Super Mario, die machen Zelda, wir lieben die alle, aber die leben nicht von Grafik. Die haben bis jetzt in 27p wunderbar ausgeschaut. Und es würde nie ein Switch Pro geben. Also zumindest ist keine so wie wir hier, PC Master Race Leute, uns das wünschen oder vorstellen in unseren feuchtesten Träumen. Das ist nirgendwo, in keinem Geschäftspapier bei Nintendo auf den Plan, sage ich euch. Auch wenn wir es gerne hätten. Ich stimme zu, ich habe auch nie, mal, ich habe natürlich die Prognosen nicht mehr gemacht, aber das 4K, das ist ja nur darum gegangen, ich bin jetzt nie davon gegangen, dass die wir dann nur annähernd an einer Leistung von einer Playstation zu hergekommen. So wie ich das geteutete, hat es mir darum gegangen, sie kann es dann besser skalieren auf dem Fernsehen, weil jetzt sieht zum Teil nicht einmal die Schrift scharf aus. Dank DLSS eben genau kann sie es halt, weil sie natürlich nicht die Leistung haben wird. Ich bin aber, und ich kann mir immer noch vorstellen, dass die kommt, weil mir geht es nicht darum, dass die mal mithalten, aber die kann ja nicht einmal die bestehenden Spiele spielen. Und das finde ich richtig meiss. Also die Switch ist einfach zu langsam. Das Gerät ist richtig, finde ich, beschissen zum Bedienen, weil alles lag. Und das wäre nur das Einte, wenn es Mönü lag. Die lag? Nein, sie lag doch nicht. Oh doch, ich finde die Mönü sind richtig dreckig. Ich meine, geh mal in den Shop, der ist ja grauhaft. Der hat langsam laden, aber der lag doch nicht. Warte, ich hole gerade meine Switch. Ich hole gerade meine Switch. Ich finde die unfassbar dreckig. Aber genau das andere finde ich ja, es gibt so viele Games, es gibt so viele Indie-Games, genau, die Martinez war nicht gehört, aber es gibt ja mega viele Games, eben von Indie zu Nintendo-Games, die einfach nicht flüssig laufen. Weißt du, die mit 15 Frames laufen zum Teil, so richtig droppen und du kannst den einfach nicht gut spielen. Und das finde ich den Hauptpunkt. Mit langsamen Menüs und so, da kann ich mich auch noch rumschlagen. Aber einfach, wenn die Spiele schlecht laufen. Und das hat angefangen mit dem Zelda Breath of the Wild. Und es wird immer schlimmer, finde ich. Und wenn man einfach da findet, nein, fuck it, ich traue das Nintendo völlig zu. Nein, nein, ich kaufe jetzt wie die Blöden, da machen wir nichts an der Leistung. Ja, ja, wie Martina gesagt hat, die meisten, die es kaufen, sind wahrscheinlich eben genau nicht die, die jetzt mega Wert auf die Tasse legen, sondern einfach ihr neues Super Mario-Spiel spielen. auch wenn das jetzt in 4K ist und nicht mit 60 FPS läuft. Aber 60, es läuft ja nicht mit 30, es läuft ja nicht mit 50. Aber das sind, für uns stört das, wir merken das. Aber ich sage jetzt mal, entweder die ältere Generation oder die ganze junge Generation, ist das scheissegal. Und das ist halt schon so die Familie, ich sage halt immer, die family-friendly, eben nicht so. Die wissen nicht mal, wie 60 FPS aussieht. Ja. Also wie sich das sollte anfühlen, wie das wäre. Für mich ist das einfach so wie geil. Ich glaube, das ist für die meisten völlig egal. Ich denke, die Leute, die neue Switches kaufen, sind so Leute wie ich, die sie nämlich immer mobil dabei haben. Also weißt du, all die Familien, die sowieso nur im Dock steht, das ist ja egal. Die behalten, die brauchen auch kein OLED-Bildschirm, der bringt denen ja gerne nichts, wenn sie sie im Dock haben. Wir haben ja schon OLED. Ja. Wir haben OLED. Hoffentlich. Ich kann auch schon OLED-Switch. Ja, voll. Die haben schon OLED-Switch seit Jahren. Es sind nur so Leute, die sie mobil dabei haben und das sind eben so Leute wie ich. Und wenn man sie immer mobil dabei hat, dann ist eben, also meine ist jetzt vierjährig, hört ihr das. Sie lottert, sie fühlt sich auch wie ein alter Gameboy. Jetzt mal, wenn ich sie in die Hand nehme, denke ich, das ist irgendwie so wie ein bisschen Vintage-Gaming, fast schon der riesen Hohreklotz. Und das sind Gründe, da ist sie abgebrochen. Und so Zeug, das sind so Gründe, um sich eine neue OLED-Switch kaufen, glaube ich. Also bist du wohl in der Market für das? Du wirst dir eine zu tun? Hey, ich glaube, ich hätte schon gerne eine, weil ich habe meine wirklich eigentlich immer dabei, egal wo ich heinge, ich fahre nur im Zug ohne Switch, ich gehe nur mit Pferde ohne Switch und gerade zum eben draussen aufweg sein und mobil zu spielen, ist der Bildschirm ein bisschen kacke, weil sobald die Sonne dreinscheint, siehst du gerne nichts mehr. Und den OLED würde ich darum schon gerne ausprobieren, ja. Das ist eben genau das, was mich auch gefragt hat mit dem OLED-Bildschirm. OLED kümmern ja technologiebedingt eigentlich weniger hellstrahlen als LCD-Bildschirme, einfach weil die OLEDs weniger, ich sage mal, Leuchtkraft haben als die LEDs, die du hinter einem LCD-Bildschirm hast. Und gerade wie du sagst, eben, wie viel Tageslicht und so, wie, ja, wie verhalten sich das denn? Also es ist jetzt ja nicht so, dass wir OLED auf kleine Bildschirme oder auf kleine Displays nicht kennen. Ich meine, zutage mit Smartphones ist das ja fängig. Der Standard, vor allem bei Premium-Smartphones, gibt es eigentlich nur noch OLED-Bildschirme. Und dort hat man das jetzt auch nicht, also höre ich selten, dass jemand sagt, ah, ich habe nicht gesehen, was da auf dem SMS steht oder so. Also irgendwie funktioniert das. Ich weiss aber nicht, wie das bei einem 7,2-Display, äh, Zoll-Display ist, ob das dort mehr auffällt, wenn der Bildschir nicht mehr so hell ist. Du hast das ja viel erlebt bei deinem Monitor. Du hast ja dort jetzt einen neuen LG, also einen neuen, letztes Jahr dir eben auch einen LG-OLED als PC-Monitor. zu tun. Und ich glaube, etwas vom ersten, was du mir gesagt hast, ist krass, wie der Helligkeitsunterschied auffällt, dass OLED halt einfach viel, viel weniger hell ist. Ja, also, mich nimmt es abwunder, wie sich das in der Praxis dann zeigt. Also, gerade wenn du unterwegs bist, wo Tageslicht vielleicht eher noch ein Problem ist als Diamond. Ja, dann... Und, ich denke, Nintendo ist vor allem so eine Firma wie ein bisschen Apple. Es gibt uhvele Leute, die einfach alles von dieser Firma kaufen, weil sie ein Leben lang schon das gemacht haben. Und Nintendo-Fanboys gibt es einen Haufen. Ich wollte genau zum Schluss sagen, dass, was ich eben auch gelesen habe, ist, dass, das sieht man ja an der Nintendo DS und den Iterationen vom Gameboy. Das, was sie da machen, eben, da geht es nicht darum, das ist ein neues Modell, wo irgendetwas mehr relevant kann. Das ist wirklich das minimalen Upgrade, wo sich dann eben genau die Fans kaufen und einfach durch das können sie den Preis einfach hoch halten. Weil, wenn sie kein neues Modell machen, dann müssen sie es ja irgendwann billiger machen. Und das ist auch mit dem Grund, warum neue Modelle überhaupt rauskommen. So kannst du einfach den Preis hoch behalten. Leute wie du oder ich kaufen sie dann, geben den Rest weiter und so wird die Dinge einfach immer weiter verkauft. Aber du, ich bin gespannt, also viele glauben immer noch, weil extrem viele Quellen haben halt von dieser Pro-Version gehört. Und das heisst, es wird nicht komplett erfunden sein, aber es kann einfach eben sein, die planen ja immer viele Sachen und das könnte ja auch einfach die Switch 2 sein und die wird ja dann mehr Leistung haben. Das ist schwierig zu sagen, oder? Irgendwann gibt es schon mal ein Upgrade oder neue Konsolen. Ich frage mich eben in so einem Produktzyklus, wie lange muss so ein Preis? Also ich habe mal nachgeschaut, ich habe gesehen, im November 2016, wo die Switch rausgekommen ist, die ist etwa 2-3 Monate lang für 500 Franken her. Das war so der Peak. Und dann seit 2017, Anfang 2017 bis heute ist die Switch immer konstant in den 300-400 Franken Preisspannen gewesen. Aktuell sogar 380 Franken also eher wieder am oberen Spektrum. Was ich noch krass finde für eine Konsole, die jetzt bald 5-Jährig ist und aber vom Preis her nie zerfallen ist. Das ist mit Nintendo-Sachen aber auch immer so. Also zum Beispiel ein Zelda kostet nach wie vor wahrscheinlich 80 Stutz. Die Konsole gerade nachmeldet im Store. Die Preise fallen nicht. Nintendo ist wie Call of Duty. Die sind saumies. Die werden nie billiger. Klar, die Nachfrage ist halt hoch. Sie können es auch. Aber mit dem OLED-Modell können es einfach preiskünstlich hoch behalten. Unter die Nachfrage. Ja gut. Ich habe vor etwa zwei Jahren an der Gamescom mal einen kleinen Streit mit Nintendo angefangen bzw. mit dem Pressevertreter von Nintendo an der Gamescom wo sie die Switch Lite vorgestellt haben. wo sie mit der Switch rausgekommen sind ich meine die heisst Switch oder die heisst Wechsel. Dann könnte man ja eigentlich noch ein Stay-Modell machen und ein Go-Modell also dann hätten wir ein Switch Stay ein Switch ein Go und ein Switch Switch und das würde ja auch mega Sinn machen weil dann wären es drei Modelle wo drei verschiedene Sachen könnten wo drei verschiedene Bedürfnisse abdecken und ich fand das marketingtechnisch mega schlau und dann haben sie das in Köln vorgestellt und dann sage ich dem Pressevertreter das so und er einfach so ähm no und dann probiere ich ihm nochmal zu sagen dass meine Idee mega brillant ist und dass er sie glaube noch nicht verstanden hat und er erkläre es ihm so nochmal und er so kann wir please just focus on a switch light now ich glaube er habe ich einfach gar nicht gehört weil das Geld am zu lex ist schmut lex sie können ja eben genau die switch light verkauft sich wie warme weg vielleicht hätten sie noch mehr verkauft aber sie haben oft so komische wie der 2DS oder der 3DS der war 3D und dann ist einfach weggefallen oder man konnte nicht mehr zusammenklappen und so oder also ja weird weird Zeugs also gehen wir doch weiter und zwar zur GTA 6 das ist noch die weiter Ferne aber es gibt jetzt immerhin mal die ersten Lebenszeichen von mehreren Quellen die bestätigt dass daran geschafft wird das hat jetzt glaube ich niemand überrascht hat mich zwar nicht überrascht wenn es noch ein Leben lang GTA online machen gut man weiss wirklich nichts sie sind in einem frühen Entwicklungsstadion und muss sagen eine moderne Setting wo man auch eine Wise City enthalten also dass es möglicherweise verschiedene Zeitspanne spielt Karten die sich oft über Zeit verändern das war ein interessanteres Fakt es gibt mehrere spielbare Charakters unter anderem auch eine Frau die eine Hacker ist der hat es gar nie gegeben wie eine Hauptrolle und genau angesetzt also kommt es nicht vor 2024 oder 2025 und ein Grund dafür sage ich eben weil sie die schlechte Arbeitsbedingungen bekämpfen die sehr oft kritisiert wurden bei Rockstar und es hat sich einiges getan hat sich keine Mitarbeiter gesagt aber es ist noch keine Wohlfühle Oase aber es hat einen Grund warum es verzögert Corona wahrscheinlich das haben sie nicht gesagt es zählt nur was sie sagen es zählt nur was sie sagen ich glaube ihnen kein Wort von wegen Crunch alles nur humanitäre Gründe ich muss dazu sagen dass Mitarbeiter haben das gesagt dass sich wirklich Sachen geändert haben aber sie haben schon alle gesagt und das kommt bei Ubisoft später auch mal dass es schon noch nicht daten die man gerne hätte aber es hat Veränderungen gegeben zum Besseren das so viel Weit logisch weil die seit Red Dead Redemption 2 kein neues Spiel mehr rausgebracht haben also ich meine The Crunch ist ja immer nur wenn es auf Release Termin geht das ist in jeder Architekturfirma so sonst musst du nicht so hart crunchen wie wenn es auf Release geht aber die haben schon jahrelang gecruncht also jahrelang aber du weißt was ich meine oder das ich weiss du meinst dass gegen Schluss gibt es das aber das war bei jahrelang das immer so war genau ich glaube ich keine Worte bezüglich Crunch weil die bringen nur GTA 6 raus weil die mit GTA 5 online noch alle zu tun und nicht nur das sie spielen natürlich auch Cashy wie noch nie mit dem Titel also wieso sollten sie etwas Neues raus geben und ihre Ressourcen abziehen sie haben genug zu tun es ist nicht so als haben sie extra wenig zu tun so nein ich habe auch gesagt das klingt dass man gut schieben auf die Schuld schieben ihr wollt gute Arbeitsbedingungen ja genau das habe ich das Gefühl der Gamer so aber ich muss mein Game doch heute haben ja genau jetzt dürfen wir alle nichts mehr sagen wenn wir Rockstar stressen wären wir für den Crunch verantwortlich was wir nicht auf uns nehmen weil wir klagen das ja immer an ich habe keinen Stress sie sollen sich Zeit lassen dass wir lieber aber ich nicht ganz im Ernst 2000 was hast du gesehen ja genau 2013 oder so ist GTA 5 rausgekommen ja richtig 2013 ich habe es mal nachgeschaut schnell GTA 3 2001 damals GTA Vice City 2002 ein jahr später San Andreas 2004 zwei jahre später das erste mal etwas länger gedauert GTA 4 2008 also vier jahre später GTA 5 dann fünf jahre später im jahr 2013 jahre und jetzt warten wir seit 12 jahre 13 jahre oder noch länger also bis 2025 eingerechnet also ja das online das spült so viel Geld rein und ich meine das macht ja nur Sinn das und natürlich denkst du irgendwo mal an eine fortsetzung aber das weiß nicht vielleicht kommen es wohl an einen Punkt wie dem WoW Ich wollte genau das gleiche sagen wie bei Blizzard mit WoW seit gefühlt 20 Jahren das einzige Game das sie jemals gemacht hätte schon noch ein bisschen mehr mit Diablo und so gegeben aber ja WoW läuft immer noch und auch wenn es nicht mehr die astronomische Abonnentenzahl hat von früher von ihrer höchsten Zeit das ist immer noch recht mega profitabel ja und es wird auch weiterhin so laufen so lange es profitabel bleibt es braucht ja nur ein paar Millionen Abonnenten zum einigermassen profitabel zu ihren höchsten Zeiten hat es weit über 10 Millionen was crazy ist wirklich crazy also ich fand es nicht interessant meist sehr wenig aber ich bin nicht zu Wunder ich glaube schon die bringen nochmal eins anders als WoW funktioniert das glaube ich schon noch gut es verkauft sich immer exorbitant gut und ich glaube das wäre kein Problem dass alle das online wechseln weil es ist wieder wechseln einfach zum neuen ich glaube da geht der wechsel einfacher als so eine MMO ich wechsle dann auch wieder quasi so einen Zyklus wechseln alle zuerst mal auf GTA 6 dann läuft Hassswili und dann gibt GTA 6 online es wird sicher also genau das ist die Frage oder ob es ich habe das Gefühl die machen online schon eine weitere Entwicklung vielleicht fliesst es dann direkt trainieren weil jetzt größeren Fokus haben Sie haben schon gesagt aber dass es weiterhin so eine Kampagne wird sein aber wer weiss wie gesagt das nächste Punkt geht genau dass die Assassin's Creed Infinity nennen sie es und das nächste Assassin's Creed soll ein Live Service Game werden das heisst im Stil von GTA Online die ewig lang läuft oder an einem Fortnite sie wollen einfach Ubisoft dort am Erfolg von ihnen anknüpfen und darum ich das verstanden ist es es sind immer zwei Studios die abwechslend an Assassin's Creed gearbeitet haben die arbeiten zusammen an einem das heisst das nächste wird jetzt offenbar nicht Assassin's Creed China oder so sein sondern wirklich eins mit eins riesengroßes was aus verschiedenen settings besteht und ich glaube die sind noch sehr früh mit wo du direkt draussen kannst die verschiedenen Games starten es klingt ein bisschen abstrakt aber dass sie auch das Live Service kann man immer upgraden und es noch grösser werden und ich glaube es sind auch schon gerade Mitarbeiter abgesprungen und gefunden nein scheisse es wird ein Munder das mag nicht mehr wenn du es vorher gesagt hast ich denke das ist brillant sie um jedes Jahr ein neues Assassin's Creed machen dann könnt ihr einfach eins für alle Ewigkeit und immer weiter voilà die schnauze voll von den jährlichen Assassin's Creed oder ich glaube du und ich vielleicht aber ich glaube auch das erfolgreichste war mit Abstand krass was letztendlich 80 stunden lang war sogar mein super Assassin's Creed Fan fand das zieht sich also schon noch hei und wirklich 60 oder 80 stunden hatte er hatte es war unglaublich lang und ja das nächste wird eben also es liest sich für mich so wie ja ein bisschen wie MMO wie The Division und all die oder ich kann es nicht sagen schlussendlich spiele ich dann gleich die off weil halt eben das ist halt irgendein studio in 2000 Leute kann das game hanschmeissen das bringt schon etwas beeindruckend an aber es nicht besser sein es ist halt was ich sage mal ja schwierig zu schätzen im Moment ist jeder Assassin's Creed Titel ich habe immer das Gefühl in den Kritiken wird immer so ja doch recht scharf kritisiert dass es immer das gleiche ist und dass es immer die gleichen Schwächeln hat und die gleichen Mängel und eigentlich haben wir langsam genug davon aber in der Praxis wird es immer noch verkauft wie heisst es interessiert auch was mir Kritiker sagen die Leute die das gross will einfach ein Assassin's Creed game solange das Modell funktioniert macht man einfach weiter Andererseits ist natürlich so so ein Battle Pass Modell oder Geld es ist nicht immer so ein Spitz wenn das Game aus ist und dann geht es wieder in Entwicklung und dann musst du schnell entwickeln um das nächste Game zu bringen sondern immer ein gewisse Einkommen Das ist auch sehr attraktiv für die Firma und der Grund warum so viel auf das um schwenkt vor allem wenn sie sie funktioniert Ja logisch der andere Punkt ist noch Ubisoft sind ja stark kritisiert worden wegen Sexismus und in der Führungsreige in der Bro Club und so hat man ja einfach Ja ich weiß nicht ob es zu Anklagen und so kam aber einfach sexuell Übergriff es hat wirklich alles gegeben ziemlich dreckig klingt was dort zu und her geht und der CEO ist auf den Seite gegangen und gesagt es hat sich viel da es hat eine Untersuchung gegeben externe und ähm es hat sich aber entweder sind die äh wie soll man sagen hat sich die Vorwürfe hat sich dann geleitet oder es hat sich Sachen geändert aber was man eben von den Mitarbeitern gehört hat das hat zumindest Bloomberg mit Interviews von den Mitarbeitern geschrieben hat sich eben gleich etwas da als immer die gleichen Leute in den Führungsreigen und so und ja das ja man erhofft sich immer mehr aber schlussendlich tut sich dann irgendwie amig gleich nichts oder das ja findest du ja ja ok also dann der zweitletzte Punkt Odacity Odacity ist ein Aufnahmesoftware wo man eben für viele Vorsorge braucht für Podcasts und so aufzunehmen und ich habe es auch darin genutzt zuerst wollte ich meine Story anders schreiben weil alle Techportale geschrieben Odacity die Daten krachen mit Spy Software haben die anderen sogar geschrieben und jetzt hat sich herausgestellt es ist gar nicht so schlimm wie das klingt also zum einen sie haben neue ihre AGBs sozusagen updated oder ihre Privacy eben AGBs die Datenschutzrichtlinie ja genau die Datenschutzrichtlinie entscheidend sind noch zwei Sachen viel erstens Odacity ist gratis und open source ja genau ja gut das wäre auch sonst scheisse aber das stimmt das ist natürlich noch wichtig ja und das genau ist natürlich wird das auch Münzen auch offener kommunizieren und dort ist drin gestanden dass sie neue Infos über dein Betriebssystem Prozesse Fehlercodes und Locations sammelt und irgendwie ich weiss gar nicht wie der Satz war aber eben Daten an Behörden weiterleiten und dann hat es natürlich grossen Aufschrei gegeben dass Spyware und so und es ist aber so und Ars Technica hat einen guten Artikel zugeschrieben wo es auf all diese Punkte eingeht die Sachen die sie sammeln das ist wirklich nicht anders als Mozilla die Firefox sammeln das ist wirklich die Standard Sachen und sie leiten sie nicht automatisch Google weiterleiten das haben sie dann kommunizieren sondern sie speichern die Sachen intern und der andere Punkt ist es ist noch gar nicht live das Update das käme erst und es gibt die Möglichkeit bei all dem Zeugs kann man wieder opt-out oder opt-in muss man zum Teil wenn man es überhaupt will dass die Daten ablieferisch und weil es Open Source ist wenn Leute Dekod verwenden die können sehr einfach alles raus streichen das ist kein Problem das ist was ich gelesen habe vor allem dass die Vorwürfe auf Reddit hoch gekocht sind und das was passiert ist dass irgendwelche Leute eine neue Software zusammen geballert haben die das alles ausklammert und dann war eigentlich der Skandal für viele schon wieder vorbei oder SET Dark oder nein ich habe schon gesehen das heisst clean safe irgendwie so ich weiss nicht aber gäbe es sonst Alternativen dazu aber offenbar ist es wieder hoch gekocht worden und dort haben es offenbar auf GitHub und so Kommentar haben auch von Anfang an schon dagegen gehabt und gesagt das ist nicht so wie ihr das schreibt und so nicht so derart skandalös aber es ist natürlich ein dankbares Thema es ist dankbares Thema es ist Sommer und wir alle schockiert wenn wir mal die Bestimmungen lesen von den Softwares die wir so brauchen dann wirst du über die eine oder andere formulierung stolper und denken das klingt aber nicht ganz das eine kann ich zitieren von Audacity die Daten es ist ja ein vagekalter werden gesammelt Daten die für die Rechtsdurchsetzung Rechtsstreitigkeiten und Anfragen von Behörden erforderlich sind wer darf sie verwenden oder wer darf sie anfragen Behörden zur Strafverfolgung Regierungsbehörden oder Gerichte also das ist schon von der Formulierung her das immer sehr nach wait a minute ich habe es eben nicht gelesen oder ich bin und ich habe einfach das nachher auch anders eingeschätzt wenn jeder schreibt von dem bist du auch nicht befreit dann findest du ja stimmt geht ja gar nicht und dann merkst du ah ok das wäre schon lässig wenn wir machen aber ja deine Info hat das mittlerweile also wir enden auf einen positiven ja gut das ist auch positiv aus schlussendlich aber noch positiver besitzt und zwar star wars visions luca erzähl mal was das genau ist ja ich habe das unbedingt noch schnell weil im podcast mit ihnen wir haben das am anfang diskutiert ob wir es überhaupt erwähnen wollen aber ich bin super pumped für das ich möchte das unbedingt erwähnt haben nämlich am wochenende der anime expo das ist in den usa quasi die grösste anime mess die es dort gibt haben sie einen neuen trailer zu den neuseren star wars visions dass die kommt wissen wir schon seit dezember aber richtige handfeste infos das haben wir noch nicht gehabt und jetzt haben wir die wir haben auch noch bilder dazu und zwar wird star wars visions eine anime anthologie das heisst wir haben neun kurzgeschichten das sind neun folgen sozusagen die nicht aufeinander aufbauen sondern jede folge ist eine abgeschlossene geschichte und die neun folgen werden auch von sieben japanischen anime studios produziert das heisst jede folge hat auch seinen ganz eigenen visuellen stil und das kommt alles am 22. september auf disney plus und ich finde das wirklich geil für mich gerade auch ein bisschen ein trauminerfüllung weil ich sorry ich weiss nicht was los ist für mich ist es irgendwie so star wars und anime hat für mich immer schon mega gepasst vor allem weil star wars doch sehr sehr extrem auch von japan inspiriert ist also dass der george look hat sich vom legendären regisseur akira kurosawa und seinen schwarz weiss samurai film hätte inspirieren lassen ist kein geheimnis episode 4 zum beispiel also star wars das originale 1977 das ist ja eigentlich von der story mehr oder weniger the hidden fortress von akira kurosawa inklusive ich sage mal dem story knifft das geschichte aus der sicht von den zwei nebencharakteren r2d zu c3po erzählt wird und auch sonst später also wenn mandalorian oder clone wars hat immer wieder nimmt sich immer wieder in den elementen last jedi hat auch ganz viele visuelle stilmittel aus den samurai filmen jedi sind ja eigentlich mehr oder weniger samurai mit geirchten schwerter auch von der ganzen erscheinungen und so es ist a heavenly japan influenced star wars und für mich ist es eigentlich die längst fällige homage an dieser kultur und an einer ihrer wichtigsten kunstformen endlich zusammen findet und ja ich bin echt pumped ich freue mich mega die bilder aus den trailers die sehen wirklich geil aus die stories auch ich tue jetzt nicht so als ob ich die anime studios alle kenne ich kenne jetzt nur production ig von attack on titan und ghost in the shell also das anime nicht der 2017er film mit scarlet jansen und von dem her ja also ich finde das einfach geil ich habe gesehen schon bei uns in der kommentarspalte ist eher gespalten viele leute finden nein der anime hat nichts mit star wars zu tun die haben keine ahnung ich freue mich mega drauf und vielleicht wird das dann auch an meine erwartungen scheitern wer weiss man muss es ja nicht schauen wenn man es dann nicht gut findet das ist ja eh kein problem wenn man star wars diese nicht gekauft hat wird es ja irgendwie mit der schöpfkelle da verteilt da gibt es jedes jahr mehr aber ich finde die mischung passt gut das erinnert mich ein bisschen an die the clone wars aber die handzeichnete die vor der animationserie genau die hat auch so ein bisschen einen touch das kann es nicht mehr wirklich nicht mehr so hoch wie sie aussieht aber die ist definitiv auch so ein bisschen inspiriert ja geil sagen wir mal september september 22. september geschmeidig gut bin ich auch gespannt muss ich mir auch geben also dann wechseln wir weiter zum big screen und vom luka weiter zum luka der disney ey ist es jetzt ein richtiger pixar film wir haben uns doch noch gefragt weil es solche kadenzen nicht mehr hoch war es doch gerade erst gerade in pixar rausgekommen und da frage ich mich wo ist einfach nur nur der name dran und wo ist wirklich pixar dahinter also ich habe nachher geschaut ich habe nichts gefunden was darauf hingedietet hätte dass andere studios an dem film geschaffen hätten es klingt alles nach pixar krass ist das ein pixar film er ist schon so cute er ist schon so cute er muss ein sein total total willst du gerade erzählen willst du gerade anfangen ja luka also ich bin ja das ist meine allerliebste film meine geistige filmentwicklung ist irgendwie so bei siebenjährigen stehen geblieben ich liebe disney film ich muss jeder schauen und ohne scheisse am schluss von jedem muss ich weinen es geht einfach nicht anders bei luka ist es auch wieder so es ist einfach oh es ist so unglaublich es geht um ein seemonster luka und sie sind unter wasser und es gibt so den mythos dass sobald man an die oberfläche geht was ganz ganz schlimmste passiert und sonst darf man das auf keinen fall machen so wie halt in allen unterwasserfilmen von arielle angefangen und luka macht es natürlich trotzdem und er findet aus dass es passiert gar nichts schlimmste oben sind menschen und er ist natürlich wahnsinnig wundrig und geht natürlich schauen ob es Freundschaften schliesst und irgendwann haut er einfach ab weil seine Eltern wollen ihn einsperren unter Wasser sozusagen und das lässt er natürlich nicht mit sich machen und so nimmt die Geschichte in den Lauf ich finde es ist ein wahnsinnig kindlicher wie der Kinderfilm also es gibt kein gefährliches Thema denn es ist wirklich ich meine viele von diesen von diesen Disney Filmen oder Pixar Filmen sind ja so fast schon für Erwachsene mehr als für Kinder und luka ist wirklich für Kinder es geht darum keine Angst zu haben mutig zu sein es richtig zu machen und so ich finde das ist so richtig oldschool mir hat es so gut gefallen es ist auch einfach so lockere und leichte Unterhaltung oder es gibt nichts schwerfälliges an dem ganzen Film wie ist es euch gegangen? absolut ich habe noch nicht mehr den Film hat ihn nicht gesehen ich habe ihn auch gesehen ich finde du hast es extrem gut auf den Punkt gebracht es ist mir genau gleich gegangen also wenn ich so die letzten paar Pixar Filme äh schauen vor allem Soul und so habe ich auch mal das Gefühl ich weiss gar nicht ob Kinder das einen coolen Film finden würden oder ob es denen nicht eher langweilig ist wie du gesagt hast es ist eher so ein bisschen erwachsenen gerichtet auch von den Themen her Tod, Afterlife und all das Zeug und luka ist ein total das total andere äh das total andere Extrem ist wirklich eine kleine Story es geht um ein um das Vespa-Rennen es geht um ein Vespa zu gewinnen weil Vespa ist Freiheit es ist die Mythologie wird kaum erklärt es ist einfach ein Film mit einem kleinen Abenteuer wo aber für Charakteren die Welt ist und die Welt bedeutet und es ist ein extrem erfrischend also ich habe das alles extrem erfrischend gefunden also es klingt wie ein Vorwurf wenn man sagt ja die Story hat sie hat nicht wirklich heisst Dates es geht nicht um den Weltuntergang was weiß ich es geht um kleine Themen es geht um kleine äh Sachen aber irgendwie genau das ist ein für mich ein total erfrischender Ansatz an dem Film man fühlt sich an wie ein Tag am Meer oder es ist sonnig es ist schön und die Animation also kommen wir schnell über die Animation die ist wahnsinnig gelungen in Luca es ist ganz ein anderer Stil also wenn du Soul anschaust ist es viel viel realistischer ich habe das Gefühl Luca ist irgendwie wie so die Umgebung ist total fotorealistisch aber Charakteren selber Luca die Umgebung sind Cinque Terre dort gehe ich einmal ich meine das ist gerade in Italien das ist der schönste Fleck von ganz Italien dort in Pferigo ist einfach das Highlight wir hatten dort mal ein Airbnb und es ist einfach der absolute Wahnsinn du hast dort vorher schon nicht wirklich auf die Porto Rosso und so ist schon immer völlig mit Touristen überlaufen ich will nicht wissen wie es dort in den nächsten paar Jahrzehnten wird sein weg dem Film also irgendwie bin ich schon ein bisschen hässiger auf einem Film auch wenn ich überhaupt nicht böse bin weil er ist zauberhaft auch wirklich die Animation wie du siehst es geht mir einfach das Herz auf er ist so schön total total also ich habe mega genossen und wie du schlussendlich obwohl die Story doch so simpel ist wie du sagst am Schluss kannst du es einfach fast nicht saugen trocken halten es geht gleich wieder so ans Herz und ja also ich ich habe den Film wirklich mega mega toll gefunden es ist easily einer von meinen Top Pixar Filme wurde obwohl er total eigentlich ein einfacher Film ist aber irgendwie fühlen sie sich am Schluss gleich gross an für die Charaktere muss es auch gar nicht muss es ja gerne nein wirklich ich habe es so Erfrischung gefunden weisst was mir gerade auffällt wenn wir darüber reden für das wie der Film ist müssten sie doch eigentlich alle drei Minuten mal ein Lied anstimmen und irgendwas singen aber das machen sie von Anfang bis Schluss nicht und ich glaube das hilft eben auch dass wir beide den so gut finden weil er übertreibt es nicht völlig oder es ist nicht plötzlich alle drei Minuten wieder das Musical das hinterfüren schiesst sondern er ist einfach was es ist also ich kann ihn noch nicht sehen ich schaue ihn sicher auch noch aber ich finde das eh noch sympathisch weil ich finde sie mit ihren verfehlten Messagen fast schlimmer sie wollen dann irgendwie eine Nachricht aufdrücken schau mal das musst du mitnehmen leben oder irgendwie und es ist dann manchmal so total shady also es passt eigentlich gar nicht so genau zusammen eher vor allem uns nehmen wo wir irgendetwas eintrichtern oder dann viel lieber so etwas unbeschwertes oder das ist Luca läuft auf Disney Plus man muss nicht zahlen genau ok cool ist tatsächlich einer wo man nicht einmal muss also das ist auch der Bonus dazu muss nicht zahlen abgesehen vom Disney Plus aber der Nächste muss man zahlen aber sollte man nicht weil er ein Scheiss ist ja Black Widow ist so den muss man zahlen oder den muss man zahlen nebst ein Abo musst 29 Franken abdrucken wenn du willst oder du wartest bis Oktober dann ist er auch gratis aber wenn du jetzt schon auf Disney Plus sind 29 Franken aber man will nicht Black Black Widow von Regisseurin Kate Chartland ihre Filmografie habe ich gar nicht gekannt ist für mich eine total unbekannte und ich muss sagen wenn meine ganzen Loki und Black Widow WandaVision Reviews und so gelesen hat der weiss ich bin recht in dem Market für Marvel Marvel ist für mich etwas sehr Geiles nach wie vor ich bin immer noch jedes Mal pump wenn neuer Film oder Neuiserie rauskommt Black Widow aber hat mich tatsächlich enttäuscht vielleicht gerade weil ich weiss was oder weil ich das Gefühl habe dass der Charakter selber viel mehr Potenzial hätte als das was man im Film effektiv sieht der Film selber wie gesagt Black Widow das ist Natascha Romanoff von Scarlett Johansson gespielt ist im Marvel Universum eigentlich die tödliche KGB Ex-KGB Agentin die jetzt auf der Seite der guten Kämpft und ähm der Film selber der Spiel zwischen Avengers ähm Civil War und Infinity War das heisst der Status quo ist dass die Avengers gerade ein bisschen zweigespalten sind und ein bisschen Streit miteinander haben und Black Widow oder Natascha Romanoff muss mal wieder ihren Platz da finden und herausfinden wer sie eigentlich ist und mitzunem Ding taucht plötzlich ein Taskmaster auf also so ein Bösewicht den sie umbringen sie hat keine Ahnung warum sie bekommt ein Päckchen von einer Schwester wo es in ihrer Vergangenheit ist und plötzlich geht irgendwie eine Geschichte los wo sie ihre ganze Vergangenheit ihre ganze traumatische Vergangenheit soll äh aufdröseln und also das funktioniert im Film leider nicht wirklich er hat eine Hälfte die super gut ist die sich auch mega an Captain America Civil War äh nicht Civil War sorry Winter Soldier inspiriert das heisst alles so handgemachte Action dark and gritty es ist düster das Bild ist ständig entsättigt äh es ist spannend und dann eine zweite Hälfte die einfach plötzlich so Marvel typisch immer wenn es dramatisch wird wird es plötzlich lustig immer wenn etwas äh könnte krass sein dann wird auf Klamauk gemacht und ja der Hand Action am Schluss bordert auch wieder raus und am Schluss von der Vergangenheit von der wirklich spannenden Story die es eigentlich da zu erzählen gibt bekommst du etwas bekommst du fast gar nicht geliefert du bekommst eigentlich mehr oder weniger ein Adventure of the Week geliefert über wo halt einfach Black Widow mitmacht wir wissen wo ihre Reise startet äh aus Captain America äh Civil War wir wissen wo sie endet in Infinity War und Endgame und am Schluss hast du im Film eigentlich nichts wirklich Neues über sie äh gelernt und es ist für mich einfach eine verpasste Chance es ist ein Film wenn du den Film für sich allein betracht ist typisch Marvel er ist spannend er ist lustig er hat coole Action er hat coole Charakteren aber er ist irgendwie wieder mega schnell vergessen das war so ein bisschen mein Eindruck es ist einfach so durchschnittlicher Film okay zu mal schauen der Trailer erinnert mich einfach so an James Bond mit Superhelden ja also das das wäre sogar noch okay gewesen aber die zweite Hälfte leider ist für mich wirklich so derart abgefallen auch die Story weiss irgendwie wirklich nicht mehr so genau wo sie hin will und für mich ist wirklich einfach der Film von der verpassten Chance wie Black Widow ist ein Charakter eigentlich ein sehr äh ja deeply troubled Charakter also zweigespalten hat es viel Grausames erlebt viel Grausames auch gemacht ist dann geläutert worden und zu der Guten gekommen und das ist eigentlich dort wo die für mich die spannende Story wäre zum erzählen der Film aber äh geht überhaupt fast nicht auf Detail ein tut das genau wie der anderen Film nur anekdotisch erzählen oder nur so am Rande und die Geschichte selber dann ist wirklich einfach eine ganz normale Adventure of the Week Story es hat einen Bösenwicht der will etwas Böses machen man muss ihn aufhalten und dann Punkt oder es geht eigentlich überhaupt nicht wirklich darum zu erforschen was treibt ihren Charakter an warum ist sie so was hat sie denn Schlimmes gemacht wo sie jetzt in diesem Zustand das ist wie so es fehlt einfach die Tiefe und ich weiss irgendwo da aussen ist eine richtig spannende krasse Black Widow Story und man hätte die Chance gehabt zum das jetzt filmisch umzusetzen und man hat es nicht gemacht du das ist schon die ballern die Filme auch aus links und rechts ich habe ich habe noch na gut das ist die vierte Staffel das muss man einfach von Anfang mal schauen aber für die die es noch gar nicht sehen Castlevania habt ihr das geschaut? Nein verdammt viel Gutes darüber gehört aber noch nie selber geschaut ich habe mal irgendwie eine halbe Folge drein geschaut und auch viel gehört aber noch nie geschaut nein aber gleich Castlevania es basiert auf den Games es ist jetzt genau die vierte Staffel es dreht sich es wird immer mehr Charakter am Anfang folgt es primär am Dracula später dann mehr am Belmont also das ist so ein Verwandter von Simon Belmont der war in den Games ja zumindest die Hauptfigur ist und wie ist die Begleiterin ich vergesse mir ihren Namen aber sie ist sozusagen Magierin und dann es wird immer mehr Figuren es gibt einen Vampirclan der irgendwie alle unterjochen sozusagen die ganze Welt zur Farm machen für Vampire wo sie sich nachher können und sich bedienen dann gibt es zwei die die Toten aus der Hölle zurückholen und dann so Dämonen eine Armee draus machen dann gibt es Dracula seinen Sohn der irgendwie in einer alten Villa lebt und es ist wirklich eigentlich die und dann gibt es noch irgendeiner die seine Frau zurückholen aus der Hölle und Zeugs und Sachen es sind wirklich mega viele Geschichten die aber ineinander verwoben sind und einerseits sind die Figuren sehr spannend weil sie nicht immer so zweidimensional sind die Vampire sind alle böse sondern es ist eins von diesen mittlerweile auch schon fast klassisch weil alles hat wirklich zwei Seiten aber auch sehr nachvollziehbar erzählt klar die Ärzte sind schon klassisch böse die kann man dann auch abmetzeln und die anderen hätten irgendwie auch irgendwie ihren Hintergrund warum sie jetzt irgendwie versucht mit ihrer Schwester die Weltherrschaft an sich zu reissen aber es ist wirklich visuell auch mega geil es ist einer von den Trickfilmen die 20 Frames oder so benutzt oder die einfach wie stocken wirkt aber unglaublich geile Settings von den Schlössern und mit der Beleuchtung und den Effekten und dann auch so die Kamerafahrten die es macht wirklich so ich finde es ist immer abgefahrener geworden und ich bin eigentlich nicht so Fanisch von so Kampfszenen weil die öde mich meistens einfach an weil es immer das gleiche ist zu dem rede ich dann beim Loki mal wenn wir dann nächste Woche vielleicht besprechen aber da ist wirklich so die kämpfen dann zusammen mit immer grösseren Monstern und du findest so shit ist jetzt der noch krasser als vorher und wie kämpfen der mit den und sie machen unglaubliche Kombos und Choreografie miteinander wo dich fragst wann habt ihr das genau zusammen geübt dass der kommt mit seiner Feuerkette sie schmeisst einen Feuerball und macht einen Einsteppen damit er ausrutscht dann kommt der andere mit dem Schwert den hinten durch zaubert und wirklich anders abgefahren findest der was sich ausgedenkt hätte und ich finde das top es immer noch 10 Folgen 20 minuten und so wirklich sehr geil und es ist wirklich eine Serie die ich kanalig schaue nie so Bock hatte aber immer wenn sie schaue findest mega geil sehr sehr blutig also wer schaut das schon sehr brutal ist es Anime es sieht Anime Stil aus aber es ist eine amerikanische Produktion genau ich finde es inspiriert von dem ja genau so die männer so die weiblichen Zeuge und so aber Castlevania ist natürlich von Konami glaube also das Game gell ja das kann natürlich schon sein dass dort ich weiss wirklich nicht wer es gemacht hat aber kann mir gut vorstellen dass dort noch japaner mit gewirkt haben den letzten wirfe ich noch ein als Filmtyp aber Werewolves Within das müsst ihr euch geben den habe ich mega witzig gefunden offenbar basiert auf so einem VR Werewolf Game von Ubisoft aber ich meine es ist wie Wehrwölf und das ist auch der Film kommt irgendein Ranger irgendwo in eine Stadt so eine Verschneite ich glaube irgendwo in Alaska und deportiert halt einen Mörder es fängt an bei einem es werden alle Verdächtigen enteinander gibt es Werwölfe oder nicht oder steckt einfach irgendjemand dahinter ist mega gut er ist auch so brutal es ist wirklich ein Horror murder mystery ich mega unterhaltsam logisch wenn du den Film gesehen weisst das wäre einer von den Klassikern das wäre einer und so und äh aber ja du sagst der Film ist gut darin dass du nicht von Anfang an weisst wer es ist oder ja weisst ich natürlich gleich den richtigen getippt aber einfach weil du einfach weil ich mega schlau bin nein nein du tippst auf mehrere du weisst der könnte sein weil der einfach eine gute Person ist das wäre doch der ist oder der ist mega bös der ist der offensichtliche wo es dann nicht ist aber es dann eben doch sein ich meine in dem Stil ich habe nicht von Anfang gesagt das ist garantiert der du bist alle verdächtig und am Schluss ist es ein von denen gewusst ja so mache ich es auch so muss ja einer von denen sein wo man ein Bild hat genau nicht alle aber die Hälfte also Werewolves Within wirklich ist lustig also gut genau Loki haben wir eben gesagt können wir besprechen wenn wir es fertig haben dann gehen wir noch in Spiel ich habe das Video vorher nicht gezeigt dann bin ich falsch ich genau dort habe ich Old World ziemlich in mich gestürzt Old World ist Civilization der einfachste Vergleich weil Civilization sieht aus wie Civilization und es ist auch von einem der Civilization gemacht hat also das ist kein Zufall du gewittert oder vielleicht das ist glaube ich bei mir und es fliegt eine nahe vom Spital ein Heli durch wir tun jetzt selbst bei dir bei mir oder draußen oder Kinder egal ich wohne in der Schule und vom Spital und facher haben sie Blasmusik gespielt ich habe mir die ganze Zeit gefragt kommt bei euch irgendwie Guckenmusik bis ich gemerkt habe Anna das ist noch bei mir bei mir ich habe das mal geschehen für die die zuschauen Old World ein wunderschönes Civilization mässiges du spielst in dem Setting mit Babylonier und Perser und Römer und Ägypter und dein Ziel ist wie immer die Weltherrschaft respektiv da gibt es bis jetzt nur ein Gameziel Civilization kann schon gewinnen durch den Wissenschaftssieg den Forschungssieg die einfach immer alle umgebracht und da gibt es nur einen es ist auch ein 30 Franken Game spielt also schon eine andere Preisklasse und es geht auf 200 Zeugen wenn eine normale Mission spielst und den der als erstes oder 200 die meiste Punkte hat also 68 Punkte erreicht und 6 Punkte dann hast gewonnen und die Punkte erreichst durch Eroberungen oder in dem du ehrlich gesagt alles Mögliche so basic du steuerst deinen Siddler baust eine Stadt dann baust einen Arbeiter der kann dort Verbesserungen bauen mit dem Scout gehst du Zeug erkunden und mit den Kriegern gehst du andere Städter oder so das typische Civilization Zeugs jetzt was das spezieller macht finde ich einerseits die ganzen Entscheidungen du hast wie beim Cruiser der Kings es passieren immer so Sachen dann kommt so ein Text und dann heisst es einfach irgendwie ein anderer Herrscher kommt und versucht die Leute zu bekehren was machst und dann hast vier Möglichkeiten zu reagieren und die variieren auch je nachdem wie dein Herrscher ist also dein Herrscher kann studieren an der Uni und Philosophie oder Taktik oder irgendjemand studiert hat das hat einen Einfluss auf die Antworten und dann kannst du einfach sagen die retinage und jagst es wieder raus das hat natürlich negative Auswirkungen bei dem es hat aber auch Auswirkungen auf deine Familie weil du bist zwar ein Herrscher aber mehrere Familien die auch zu deinem reich gehören und die musst du besänftigen und meistens ist natürlich machst du etwas für die find es die anderen nicht gut wenn du irgendwo eine Stadt baust musst wählen zu welcher Familie gehst sie und also die Entscheidungen sind einfach etwas spannendes nach jedem Zug gibt es verschiedene Sachen die passieren und zum Teil kannst Sachen wählen die sagen das gibt eine weitere Geschichte find irgendwo eine Waffe oder dann kannst du deiner Herrscherin gehen oder du kannst sie einem General geben du kannst sie irgendwie Erfolg geben und die vielen Entscheidungen das macht das monotone bei Sivilisation ich finde du kommst zu einem Punkt dann klickst und machst so ok bauen bauen Leute schicken angreifen angreifen und so forschen 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 und da gibt es sehr viel Abwechslung mit schönen Zeichnungen und der andere Punkt ist dein Herrscher altert halt auch und dann stirbt er das ist wirklich wie Crusader Kings und wenn du keine Nachfolge hast oder noch jung ist dann ist vielleicht auch ein Baby und das Portrait wird langsam zur jungen Frau zur Oma du kannst deinen Herrscher als General an eine Armee zuweisen das habe ich gemacht und dann nicht mehr geschnallt in welcher Truppe er prompting im Kampf gestorben und dann so ah oh das war mein König und das andere entscheidende was ich finde in den Spielen hast immer Spielzeuge in Einheit kann so weit laufen jetzt da funktioniert das mit Orders also du hast Aktionspunkte und am Anfang habe ich nicht ganz geschnallt aber die gelten für alle du hast 20 Aktionspunkte und du siehst wie mit einem laufst immer wie viele das noch übrig bleiben und die Person hat dann zwar auch eine Reichweite wo sie laufen du kannst sie aber zwingen weiter zu laufen und das kostet dann auch wieder zusätzliche Aktionspunkte das heisst du kannst unendlich weit laufen solange du Aktionspunkte hast das gibt extreme Flexibilität wenn du natürlich spielst wenn du wirklich unbedingt verteidigen dann verheiz einfach alle Punkte damit die Einheit nur dahin mag und dann kannst du kämpfen dann gleich nur einmal heilen von der Einheit kostet auch Aktionspunkte sein Aufleveler kostet Aktionspunkte es gibt mega viele Möglichkeiten später kannst die Punkte kaufen mit einer Militärwährung oder später auch mit Geld es hat extrem viele Systeme und wenn Crusader Kings gesehen hat mit Kontextmenüs am Anfang findest du shit das ist ja die UI ist voll mit Zahlen und Sachen aber ich finde mit Links vor allem Links Crusader Kings kommt immer so ein Fenster auf dann ist ein Wort unterstrichen dann kannst du drauf messen dann geht ein neues Fenster dann geht dort wieder das Fenster dann kannst endlose Fenster Inception machen genau das kannst du auch aber ich finde es ist wenn man Civilization gespielt hat ich finde es relativ zugänglich es ist schon so oh mein Gott viel ich habe Old Bird runtergeladen es etwa eine halbe Stunde lang gespielt und dachte oh mein Gott ich habe den Nerv nicht ich brauche einen anderen Tag einen clearer Kopf das ist einfach so viel am Anfang und du kommst überhaupt also vielleicht okay wenn du schon jede Civilization gespielt hast ich habe mit den Civilizations auch ein bisschen Mühe und für mich ist einfach so too much war ich dachte schon wieder so ein Spiel das zu viel lernen muss und dann das Crusader Kings Zeug noch oben drauf wo du sowieso nie weißt mach ich das jetzt schlau oder richtig und wie soll ich mich jetzt überhaupt entscheiden das stimmt ich spiele jede Civilization aber ich habe es gespielt als raus kam es 2 6 das wäre schon ein paar Jahre her also ich wollte einfach sagen wenn man die Grundzeuge der Civilization kennt eben so das Wusel rum sammelst Ressourcen baust dann glaube ich das Gefühl ist der Einstieg ja dann ist du sicher einfach also wenn gar keine Civilization kennst dann ist schon so dann ist definitiv überwältigend weil du hast so viele Währungen und in deinem Ort kannst du die Bevölkerung ausbauen die Kunst ausbauen dann hast du eben nicht Zufriedenheit sondern Unzufriedenheit das finde ich ein bisschen verwirrend du hast die Unzufriedenheit steigt du musst immer die Unzufriedenheit bekämpfen das heisst wenn du irgendwo minus 40 bekommst für Unzufriedenheit ist das gut oder du musst es abbauen ich verstehe nicht warum sie das nicht umgekehrt gemacht die meisten Game machen es ja mit wie zufrieden ist dein Volk hier ist es wirklich so ich weiss wie schon damit es noch etwas komplizierter ist ich kann das sagen aber ich finde es ist mega geil im Vergleich zu Civilization du hast wie mehr Möglichkeiten der Spieler ist du kannst Farmen bauen damit du mehr Aktionspunkte hast oder dass du dass du mehr Kriegspunkte hast du kannst so Baracken bauen wo einfach deine Militäreinheiten sein lassen wenn sie dort rum gammeln dann langsam sich ableveln du hast viel mehr Sachen zu machen finde ich und es ist wirklich eines von denen immer nochmal entzugen ok komm der nächste mache ich noch das und das und das schiff muss ich noch hin schicken ja wirklich greift mich der noch ja gut den mache ich noch fertig und nein also ich wirklich ich finde es recht geil und eben es kostet 35 Stutz im Epic Store wenn man kein Vorkennis hat das stimmt Martina schon recht dann schaut euch mal ein Video aber ich finde es erklärt mit diesen Tooltipps immerhin verständlich also ich finde du kannst einen anschauen und er sagt der wirkt sich aus auf das absolut es ist schon alles erklärt im Spiel ich meine nur es ist eine Aufgabe das alles zu lesen absolut ich bin so im Luca feeling easy alles soll so leichte Unterhaltung sein und das ist definitiv nicht das stimmt das stimmt also dann erzähle ich mir gleich vom Wildermyth das ist ich nenne es mal ein Rollenspiel es sieht auf den ersten Blick nicht sehr schön aus finde ich also es ist es 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 ist wie Dungeons und Dragons aber wenn du es spielen wenn du es mit einem spielen so Papieraufsteller hand ausgeschnittene und hand zeichnete Papieraufsteller genau du oh hören ihr das was war das das ist der Nachbar der in die Wand bohrt exklusiv für das nach der Blaskapelle am Helikopter habe ich jetzt auch noch den Bohrnachbur für euch die haben alle abgemacht die haben alle abgemacht für unsere Podcastaufnahme ich habe mich da müde aber ich habe wildermyth auch gespielt ah geil super dann kannst du noch ergänzen es haben mich noch nicht so viel gespielt aber ich habe schon mal ein ähnliches vorgespielt jedenfalls das ist Fantasy Setting du hast eine Übersichtskarte machst du am Anfang deinen Held und dann kannst du selber designen das ist wirklich so einfach von Hand zeichnet und dann wählst du eine von diesen Kampagnen aus das hat glaube ich zehn verschiedene unterwegs lernst du neue Leute kennen kannst du deine Party vergrössern und gehst mit ihnen auf Abenteuer und das ist ein bisschen runter basiert je länger du wartet desto grösser wird die Bedrohung der Gegner du hast meistens einfach irgendein Ziel oder irgendwie alles mit Story und so wirklich sehr schön erzählt wird und ich muss da wieder das Video wegmachen es lenkt mich einfach zu feschab aber ich glaube man hat es gesehen wie es aussieht weil eben genau der Stil finde ich auf den ersten Blick macht er nicht unbedingt so einladend finde ich also gerade die Übersichtskarte das ist so ein bisschen das ist auch Dialog wenn du mit jemandem redest dann ist es so die Comic Fältchen die Panels und dort sind deine Figuren drin und reden miteinander und die Schrift sieht fast wie Comic Sans aus aber kämpf selber das habe ich eh das geilste gefunden die Comic Sans Schrift am Anfang das war aber geil weil weil sie die Comic Sans Schrift gewählt haben habe ich gewusst okay die darfst du einfach nicht allzu ernst nehmen und darum habe ich auch den Comic Stil so ein bisschen auf die ja ist noch witzig und cute Schulter genommen und kann man auch mögen so nach dem Motto genau es ist sehr viel Liebe steckt drin und ich muss auch wirklich sagen wenn du kämpfst dann baut sich wie so ein Dungeon auf wo du so top down siehst und du kannst dich auf diesen Fältchen vorbewegen und dann sieht es wirklich aus als ob du so ein Karton Figurchen auf deinem Spielbrett vorwärts bewegst und äh dort ist du hast immer mehr Figuren es gibt natürlich Krieger und tausend Fähigkeiten wo sie lernen können du kannst ihnen neue Waffen geben alles typische Rollenspielzeuge bei den Magiern vielleicht noch was ich noch cool finde die können so infusen die können die Objekte die auf der Karte sind infusen zum Beispiel einen Baum und können sie in die Luft jagen und dann macht dieser Flächenschaden durch Splinter und explodieren oder du kannst ein Feuer infusen und das auf den Gegner hetzen als Feuerball gewisse Sachen können die Gegner blind machen das finde ich eine recht geile Mechanik und mit dem kommst du eben auch sehr weit also du kannst sehr weit das Objekt infusen und dort das wiederum sprengen sozusagen und das finde ich mega cool vor allem weil das ist ja eigentlich wie vorher Old World ist ein Kombo aus Civilization und Crusader Kings und Wildermess ist eigentlich eine Kombination aus Dungeons & Dragons und XCOM also so könnte man es eigentlich noch gut beschreiben und es gibt ja so viele XCOM Clones also von Mario und Rabbids überschlag mich tot es macht ja unfehl das runde basierte Taktik Kampf und alle machen den gleichen Fällen nämlich erstens sie machen keine neue Fähigkeiten und Figuren als das in XCOM wäre und das ist eben genau der Zauber das ist mir auch mega positiv aufgefallen dass mal jemand eine neue Idee hatte für eine neue Kampfeinheit auf dem ewiges gleichen Spielbrett das das haben sie sehr gut gemacht und andererseits aber haben sie den gleichen Fehler ein bisschen wieder gemacht nämlich XCOM hat auch das Zwei-Phase-System entweder du bist im Kampf und dann wirst du immer wieder rausgezoomt in das Metagame wo du Aliens musst managen und so ehrlich gesagt wer interessiert dich für das scheisse Metagame wo du Aliens managen das führt am Schluss nur immer dazu dass du irgendwie noch in 50 Stunden Spielen die Mission noch verlierst weil du das Metagame eigentlich geht und es regt mich immer auf das Metagame ich habe überhaupt keine Geduld für das und beim Wildermäth ist es ähnlich dort hast du die Dungeons and Dragons Zwischenszenen die mit den Comics gelöst sind ich weiß nicht wie es dir geht vielleicht ich habe einfach wie eine Wilde durchklickt so richtig lesen wollte ich diese Comics nicht wollen ich wollte ich habe gerade sagen ich bin sehr gerne gerne zu skippen aber ich muss sagen mich hat das erstaunt das ganze wirkte ich glaube es ist auch zufalls generiert aber ich finde es eine Strube die Story ich finde so richtig geile Abenteuer die erleben und Strube finde ich deine Party ich glaube du kannst vier in einer Gruppe haben und du wählst halt immer aus ne zum Teil noch viel mehr viel musst du noch spüren aber ich meine du kannst nur vier irgendwo hinschicken du hast vielleicht zwei Gruppen also ich meine du kannst also ich habe irgendwie sechs oder sieben oder so und habe wieder eine Mission dann muss ich auswählen und kann aber nicht alle mitnehmen es kunkle ein bisschen darauf an und das finde ich das geil erstens mal die Figuren miteinander wie Dragon Age die interagieren miteinander dann gehst irgendwie hin und hat vielleicht eine Person sagt hey da ist irgendwie meine das Grab meiner Frau haben wir Zeit um das anzuschauen und dann sagst du ja klar geh hin und dann redet er mit der andere Person und du kannst verschiedene Dialogs auswählen und das gibt zum teilweise eine fortlaufende Geschichte und am anderen Ort zum Beispiel so eine einfache Sache dann findet du irgendwo ein Statue mit einem Edelsteinen und so ja was machst und dann spickt ihm das Gesicht und von da hat er ein Edelstein im Gesicht und der wächst und ein Steinschild und ein Steinbein und das hat Vor- und Nachteil und die persistente Sachen sind toll geil finde ich ja das finde ich auch cool und die Edelsteingeschichte ist eine Story Geschichte das ist bei allen so aber das Steinbein zum Beispiel ist weil ein deiner Kämpfer verletzt worden ist und dann muss immer entscheiden soll er sterben oder soll er abhauen und eine Verletzung davontragen und wenn sie für die Verletzung entscheidet dann kann ihm ein Steinbein wachsen das ihm langsamer macht aber mehr Schutz gibt und das bleibt für den Rest das finde ich cool gemacht genau das mit sterben du wählen wenn jemand stirbt im Kampf entweder verheiz dann ist ich ziehe dich noch am Leben fest und dafür fehlt einem ein Bein oder so voll ich muss sagen ich habe Wildermith auch noch gut gefunden es war aber ein fauler Kompromiss eigentlich hätte ich ein anderes Game spielen griftlands auch ein Indie game ich habe einfach keinen Zugang zu dem gefunden ich wollte dass griftlands los werden mit Wildermith ist es noch recht gut vergleichbar es sind Comics und immer wieder so in die Kampf Szene einmal eben runter basierte Taktik Camps andermal ein Deck Building Game und ich habe es dann gelät zu play dem Montag Abend und während ich noch easy fand weil ich einfach froh war ein cooles Spiel das ich zeigen kann hat der ganze Chat so gefunden hey sorry aber ist das ein Browser Game und kann man das auch auf Atari spielen und so weil alle haben gefunden hey das ist irgendwie so altertümlich das hat gar nichts mit dem Jetzt zu tun und da haben sie eben schon auch etwas recht es sind wahnsinnig älterliche mechaniker so es bringt jetzt nicht wirklich irgendetwas neues zum forschen also ich finde es schon krass wie es eine Story zusammen fliegt die auf eine Art zufällig wirkt aber irgendwie ich finde du erlebst spannende Abenteuer und auch dass die Figuren die Legacy Figuren mitnehmen ich finde der Kampf gibt recht viel Flexibilität dass ich so ein wildes Abenteuer fand natürlich es ist alles Geschmackssache und vor allem der Stil wird nicht allen gefallen aber ich glaube auf Steam ist das ein riesen Hit das Game ich weiss genauso wie Griftlands und das finde ich eh zur Zeit aber das findest auch nicht gut Nein Nein Geschmackssache das ist overwhelmingly positive das ist immer alles ich kann nur sagen dass man muss wenn man es schon ansieht und scheisse findet dann ist es nicht richtig Griftlands das ist auch man muss es wenn man es nicht liest und ich bin auch schuldig dass ich das oft skippen aber es lebt von dem wenn man es nicht liest wirklich ? Ja Ich habe am Anfang immer mit gelesen und fand das ist so uninteressant es geht nur immer darum willst du den Söldner sein willst du den Job machen ja also gut dann bringst dich um zurück kommst zurück willst den nächsten Job machen es ist so wieso soll ich die Dialoge lesen ich habe wirklich mir schwer zu tun ich finde einerseits kreiert die Welt dort sich ein Leben einhauchen und das andere ist wie die Wechselwirkung weißt irgendwie wenn du im Griffline geht es ja oft darum schlussendlich tot stehen oder lässt ihn leben oder eine Freundin stehen und wenn es dann später zurückkommt und so finde ich witzig klar wenn ich alles skippe dann checke ich es nicht was ich vor ein paar Zeug gemacht habe grifflines finde ich vor allem vom System ganz geil ich finde die Mechaniken mit den Karten gefahren aber ich bin auch nicht so weit rennen ja ich weiß nicht vielleicht müsste ich noch weiter ich habe irgendwie einfach geklickt und wenn es nicht klickt gibt es so Sachen die liegen einem nicht es kann ihm nicht alles liegen finde ich gibt ja auch wirklich genüge ich finde es interessant es gibt wirklich genüge ist genau das gute Stichwort weil es gibt so viele so hoch gelobte Indie Games die können alle irgendwie raus mit also von Old World über Grifflands über Wildermith die alle nur so 8er 9er 10er Wertige hingegen all die triple A Titel die in den letzten Jahren raus gekommen sind die haben wir alle nur verrissen und die sind manchmal wenn ich so zurückdenke denke es wäre schön wenn wieder so ein grosses Game aus der quantität aus eins oder anderen zudrücken es kommt Cruelty Squad also Cruel oder wie Bösartig oder Cruelty Squad wirklich das ist optisch anders hässlich und es sage sensationell ich habe wirklich von verschiedensten gehört dass es sage auf einer Cruelty Squad Squad Cruelty Squad es sieht wirklich fantastisch schrecklich aus ich habe wirklich nur von anderen gehört auch Podcaster und so das ist irgendwie einerseits stösst sich ab wirklich da kommt fast Kopf rüber aber es muss so genial sein von der von der Mechanik an was du kannst machen aber wirklich in den Trailer schmissen alter Schwede das ist noch in den 90er hässlich gewesen aber das ist natürlich Absicht pure Absicht das gebe ich mir noch und ich melde mich dann mal zurück weil so wie das gelobt wird ich muss das mal ausprobieren das ist aber eins für ein Let's Play Anis das ist das ist das ist das ist das ist das das hässlichste Game ever klickbait titel reinhauen und gut ist ja absolut also sind wir durch ich muss mich langsam zu weissen jawohl ich habe zu viel Mathe getrunken danke für all die Infos zum Schluss Anis ich habe ruhig gefehlt ich sehe euch ein Auge euch hat das interessiert das ist ein schöner Abschluss finde ich ich finde das kann man eigentlich genau so stehen lassen da habe ich auch schon ein Zitat für den titel ich muss biseln also Martina vielen Dank für das mitmachen sag noch mal wo man deine Sachen findet bei SRF Digital wir streamen auch wir haben auch so eine lustige Talk Runde jeden Mittwoch und am Montag Abend spielen wir jeweils auf unserem YouTube Kanal SRF Digital Top Danke für die Einladung hat Spass gemacht wie immer Simon laden wir jetzt einfach nicht mehr er musste reinhören dann wüsste er jetzt das ist in zwei Wochen Vorwarnung also gut also Simon morgen du kannst ihm sagen in der nächsten Sitzung ich sage man muss reinhören das hat eine wichtige Info für ihn genau Schluss besonders also dann ja danke fürs Zulassen vielleicht noch ein Teaser am Samstag ist noch Digitech Playground Sessions mit dem Landwirtschaft Simulator gibt es einen Landwirtschaft Simulator E-Sport etwa nach dem Eis glaube ich das werde ich moderieren ich habe keine Ahnung ich habe ein Video geschaut ich glaube ich check es ich mache nicht mit ich habe gefunden ich kann nicht mitmachen weil das Team das mit mir spielen würde mich hassen also genau das streamen wir also auf jeden Fall danke miteinander und tschüss 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 tschüss